nach knapp zwei tagen in diesem angenehmen camp heißt es wir ziehen weiter auf dem weg zur gepäckannahme ergreift fritz noch mal das bedürfnis den pool zu inspizieren und über seine große tasche hat er sich schon mehrfach beklagt seine frau hätte ihm viel zu viel eingepackt oven hart der gepäckstücke die da kommen werden fritz hat noch einen guten einfall er putzt die windschutzscheibe mit gut 200 kilometern ist die zu überwindende distanz heute recht moderat was man dabei sieht ist wüste pur sand gibt es zwar auch aber in erster linie steine und felsen ab und zu sieht man springböcke und man fragt sich wie diese tiere es fertig bringen in dieser gegend zu überleben sobald jedoch wasser verfügbar ist wandelt sich das bild schlagartig riesige nach rund einer stunde fahrt erreichen wir die stadt außenkehr im oranjetal der name lässt deutschstämmigkeit vermuten und in der tat haben deutsche 1910 hier eine farm gegründet umfangreiche bewässerungsprojekte begonnen und wein angebaut die trauben reifen hier früher als in südafrika nämlich ende november und somit kann man den europäischen markt noch in der vorweihnachtszeit beliefern die bewässerungsprojekte hat man ausgeweitet und heute werden auf mehr als 1300 hektar weintrauben angebaut außenkehr ist eine der am schnellsten wachsenden siedlungen in namibia und vielleicht liegt es auch daran dass man die einwohnerzahl nur sehr grob schätzen kann die angaben schwanken zwischen 15.000 und 30.000 die bilder zeigen dass die meisten einwohner recht primitiv in schilfütten wohnen trotzdem herrscht wohnungsnot das zentrum des ortes ist ein supermarkt wo reges treiben herrscht auffällig sind warteschlangen die wir uns nicht so richtig erklären können vielleicht hat das mit einer einfachen form von sozialhilfe zu tun marlies leistet noch entwicklungshilfe vor ort indem sie einen kartoffelsack bezuschusst für den ein kleiner junge nicht genug geld hat ein wenig begleiten uns noch die weinfelder und dann wieder wüste pur ein blick in den rückspiegel zeigt dass man auf dieser strecke besser kein fahrzeug vor sich hat wo die straße entlang führt erkennt man an den staub fahnen die sich in der ferne durchs gelände ziehen dort drüben das sind nicht etwa pfützen in der wüste sondern luftspiegelungen die wasserlachen vortäuschen gleiches gilt für die pfützen auf der straße nach einer weiteren stunde erreichen wir die straßen abzweigung nach ei-eis unserem ersten tagesziel kurz nach der kreuzung eine sperre für huftiere was andeutet dass hier ein wildreservat beginnt unterwegs konnte man schon eine weile einen zaun von etwa ein meter zwanzig höhe sehen für springböcke ist das allerdings kein echtes hindernis sie haben es bereits gemerkt die asphaltstraßen sind inzwischen geschichte trotzdem eine ordentliche ausschilderung der wege inzwischen werden die felsen immer höher und das grün wird immer seltener so so Musik Plötzlich tauchen jedoch ein abgetrennter Bereich und eine grüne Oase auf. Wir haben die heißen Quellen von I-Eis erreicht. Gleich noch die Warnung, auf Spitzbuben in Form von Pavianen zu achten. Die können praktisch alles gebrauchen. Es handelt sich hier um ein recht weitläufiges Ressort und Owen sucht nach einem geeigneten Parkplatz. Geeignet heißt Mittagessen tauglich. Aber das kommt erst etwas später. Zunächst wollen wir die Möglichkeiten von I-Eis nutzen. Und Fritz begibt sich sogleich auf Erkundungstour. I-Eis bedeutet in der Sprache der Ureinwohner brennendes Wasser. Und das würde man auch deutlich zu spüren bekommen, wenn man in das frisch sprudelnde Wasser steigen würde. Das mineralienhaltige Wasser tritt mit einer Temperatur von etwa 60 Grad aus dem Boden aus und muss für Badezwecke erst mal abgekühlt werden. Eine Abkühlung haben wir vielleicht auch nötig, die jedoch das Wasser nicht liefern kann. Trotzdem ist es ganz angenehm, ein Weilchen im warmen Wasser zu hocken. Die Badehalle hat links und rechts oben direkte Zugänge zu den Apartments. Und von dort auch ins Freie. In Gedanken frage ich mich, wer hier wohl herfährt und für wie lange. Außer baden und vielleicht in der Sonne liegen, kann man in der Anlage kaum etwas anderes machen. Okay, vielleicht noch durch die Felsen wandern. Aber dabei habe ich keinen einzigen beobachten können. Für das inhäusige Baden mussten wir sogar Eintritt entrichten. Hier draußen hätten wir es umsonst haben können. Ein Stück neben dem Schwimmbecken weckt ein großes Holzgestell mein Interesse. Dort befindet sich eine der heißen Quellen und ein Schild rät, doch lieber die Finger davon zu lassen. Inzwischen hat Oven den Tisch gedeckt und es gibt Mittagessen. Die Vögel haben inzwischen gelernt, wenn Oven hier herkommt, dann gibt es immer was zu futtern. Manchmal tauchen sie sogar auf dem Tisch auf, wenn wir noch beim Essen sind. Für Autofahrer, deren Tankfüllung sich bedrohlich der Nullmarke nähert, gibt es hier sogar eine Tankstelle. Verständlicherweise zu leicht erhöhten Preisen. Wir müssen uns zunächst wieder aus den Felsen ausfädeln. Und dann die Abzweigung zum Fisch-River-Canyon erwischen. Autofracks in der Wüste sind ja nicht so selten. Von Kugeln durch Löcherte schon eher. Hoffen wir mal, dass die Schützen inzwischen alle Munition verschossen haben. In größeren Abständen sieht man einige Oryx-Antilopen, aber sonst nur Steine und Staub bis zum Horizont. Am frühen Nachmittag erreichen wir das Canyon Roadhouse, unsere nächste Übernachtungsstelle. Und ein weiteres Mal fragt man sich, wo denn hier das Wasser herkommt. Es gibt hier tatsächlich Wasser, allerdings in größerer Tiefe. Früher hat man das Wasser mit diesen Windrädern gefördert. Heute sind sie meistens nur noch Dekoration. Die Köcherbäume beherrschen das Kunststück, an dieses Wasser irgendwie heranzukommen. Das Canyon Roadhouse täuscht leider nur eine Lodge vor. Hoffen manövriert das Auto am Hauptgebäude vorbei auf den Campingplatz. Und der hat übrigens keinen Zaun drumherum. Heute werden wir also erstmalig in Zelten schlafen und Hoffen erklärt uns, wie dieselben aufgebaut werden. Eigentlich nicht weiter schlimm, aber auf die Dauer dann doch etwas lästig. Die Sanitäranlagen sind in Ordnung, allerdings gut 100 Meter entfernt. In der Nacht ein bisschen weit. Bis zum Pool ist es ungefähr genauso weit und dort tauchen wir auch als bald auf. Der Weg zum Pool führt über eine Brücke, die andeutet, dass hier, wenn auch selten, Wasser entlang fließen könnte. Das Markenzeichen der Lodge sind Fahrzeuge in allen möglichen Ausführungen. Im Hauptgebäude hat man eher den Eindruck, in einer Autowerkstatt zu sein. Zugegeben, in einer sehr gepflegten. Am späten Nachmittag geht es nochmal los, und zwar zum Fisch River Canyon, wo wir uns den Sonnenuntergang ansehen wollen. Das ist eine gehörige Strecke und im Camp Hobbes muss zwischendurch das Permit entrichtet werden. Die entgegenkommenden Autos machen schon früh durch lange Staubfahnen auf sich aufmerksam. Nach halbstündiger Fahrt passieren wir den Hauptaussichtspunkt am Canyon. Ein Stück weiter werden wir noch gefahren und dann geht es zu Fuß weiter. Der Fisch River Canyon zählt zu den größten Schluchten der Welt. Er ist 168 Kilometer lang, bis 550 Meter tief und bis 27 Kilometer breit. Der Fisch River führt zwar nicht ganzjährig Wasser, aber dank seines Einzugsgebietes im regenreicheren namibischen Hochland ist er doch kräftig genug, um Pflanzen und Tiere zu versorgen. Deshalb war der Canyon bereits in der Steinzeit besiedelt. Immerhin sieht man zum Ende der Trockenzeit noch einige Tümpel auf der Talsohle, die ausreichen würden, Mensch und Tier mit Wasser zu versorgen. Für Trinkwasser muss man es freilich aufbereiten. Hier oben ist das Wasser seltener. Es reicht gerade mal für einen einsamen Köcherbaum, an dem unsere Wanderung vorbeiführt. Überleben können in diesem Gebiet nur Pflanzen, die äußerst sparsam mit Wasser umgehen. Der Rinde des Baumes sieht man deutlich an, dass sie auf Minimierung des Wasserverlustes ausgelegt ist. Der nächste Aussichtspunkt scheint gar nicht so weit entfernt, aber es dauert doch eine halbe Stunde straffen Fußmarsches, bis wir dort sind. Die Geschichte des Canyons reicht eine Milliarde Jahre zurück. Ungefähr alle 300 Millionen Jahre gab es besonders einschneidende Ereignisse. Seien es tektonische Ereignisse oder Überschwemmungen durch das Meer. An den Flanken der Schlucht erkennt man Schichten, die solche dramatischen Ereignisse dokumentieren. Wenn man hier von Ereignissen spricht, dann muss man im Hinterkopf behalten, dass diese nicht in Stunden oder Tagen abgelaufen sind, sondern schon mal die unvorstellbare Zeit von einer Million Jahre gedauert haben können. An dieser Stelle beginnt der Fish River Hiking Trail und zwar mit 500 Metern Abstieg an einer Drahtseil gesicherten Wand entlang. 85 Kilometer sind es bis zum normalen Ausstieg bei Eis-Eis. Zwischendurch gibt es nur Notausstiege. Erlaubt ist die Wanderung nur im Winter, das heißt von Mai bis September. Und selbst da muss man mit Temperaturen von mehr als 40 Grad rechnen. Unterkünfte oder sanitäre Einrichtungen gibt es nicht. Dafür eine ganze Menge Viecher, darunter auch Leoparden und eine ganze Menge Giftschlangen. Man muss für diese Unternehmung also schon sehr naturliebend sein. In nördlicher Richtung kann man gut erkennen, wie sich der Fluss in den Fels gesägt hat. Dann wird es Zeit, zum Hauptaussichtspunkt zurückzukehren und dort den Sonnenuntergang und unserer Abholung abzuwarten. Als die deutsche Kolonialmacht hier auftauchte, waren also schon einige Nama da und es kam zu kriegerischen Auseinandersetzungen. Dabei kam unter anderem Leutnant Thilo von Trota ums Leben, dessen Grab sich unten im Canyon befindet. Am Aussichtspunkt gibt es sogar Sitzgelegenheiten, bequeme wäre übertrieben und Tische für Picknick oder um auf dem Handy herumzuklimpern. Auf der dem Canyon abgewandten Seite sind Tafeln angebracht, die über die Entstehungsgeschichte sowie Flora und Fauna informieren. Ein paar Vögel warten wie wir auf den Sonnenuntergang. Und dann senkt sich die Sonne zunächst langsam und dann ganz schnell hinter den Horizont. Inzwischen ist Oven mit dem Auto wieder aufgetaucht und bringt uns dann zurück ins Camp. Dort gibt es noch Abendbrot und dann verkriechen wir uns in die Zelte und Schlafsäcke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017